Musik Hallo und herzlich willkommen bei MusicStore TV. Also jeder Musiker, der schon mal irgendetwas aufgenommen hat in seinem Leben, weiß eins, dass es Adam Audio gibt. Adam Audio als Lautsprecherhersteller für Studioanwendungen ist so weltbekannt. Vom geringsten, kleinsten Einsteiger bis zu den hochprofessionellsten Riegen und Studios kennt man Adam Audio. Wir haben hier den Gründervater sozusagen dieser Firma, den Herrn Klaus Heinz. Kleine Schmankerl nebenbei, mein Vater heißt Heinz Klaus. Das glaubt nur mein Vater, hoffentlich sieht er das. So, Herr Heinz, was gibt es denn Neues am Markt? Ich sehe auch gleich hier eine schöne Box. Ja, wir haben neu auf der Elfer Frankfurter Musikmesse einen A77X als obere Abründung unserer AX-Serie. Das ist ein Lautsprecher, der also für den horizontalen Betrieb gemeint ist, für die Konsolen. Da ist das oft praktisch, wenn man einen Lautsprecher in der Form hat. Unser erfolgreichster Lautsprecher ist der A7X, den viele kennen werden. Und das im Grunde ist ein A7X mit einem weiteren Subwoofer dabei. Das heißt, der zweite Tieftöner läuft nur bis 150 Hertz. Im Bass spielen die aber zusammen, sodass der Lautsprecher A77X sehr viel lauter spielen und dynamischer spielen kann. Vom Klangcharakter aber der A7X durchaus sehr ähnlich ist. Und sodass hat man hier ein richtiges Drei-Kanal-System, drei Verstärker, zweimal 100 Watt für die Tieftöner, 50 Watt für den Hochtöner. Und das ist also der Top-Lautsprecher der AX-Serie jetzt, ab jetzt. AX oder A77X ist verfügbar schon? Hier auf dem Shelf ja, ansonsten am Juni würde er in die Geschäfte kommen. Zu welchem Preis wird man den kriegen können? Er wird unter 1.000 Euro liegen. Wo genau muss die Wirklichkeit noch zeigen? Würden wir sehen. Vielen herzlichen Dank soweit. Alles weitere wie immer auf welcher Internetseite? Auf musicstore.de natürlich.